Jetzt schauen wir in die Konstellationen für den Mai. Immerhin sieht es ja so aus, als könnten wir endlich wieder Tanz in den Mai feiern, idealerweise draußen an der frischen Luft. Oder wir zelebrieren ein Fruchtbarkeits- und Liebesritual, denn der Tanz in den Mai ist ja zugleich auch Beltane, das Fruchtbarkeitsfest der Göttin. Für wichtige geschäftliche Vorhaben oder den Beginn größerer Projekte ist der Monat dagegen leider nicht so einfach. Und zwar aus folgendem Grund. Der Neumond am 30. April ist ja eine partielle Sonnenfinsternis. Und dann folgt der Vollmond am 16. Mai als totale Mondfinsternis. Die beiden Wochen zwischen zwei Finsternissen gelten als ungünstig, um neue Vorhaben zu beginnen. Dazu kommt, dass vom 10. Mai bis zum 3. Juni der Merkur rückläufig ist. Das wiederum macht den Start neuer Vorhaben im Rest des Monats auch nicht ideal. Wenn es sich nun aber nicht vermeiden lässt, etwas neu zu beginnen, dann sollten wir versuchen, solche Vorhaben in die Zeit bis zum 9. Mai zu verlegen. Für wichtige Termine im Rest des Monats gelten diese Regeln. Sich viel Zeit nehmen zur Vorbereitung, alle Details besonders sorgfältig prüfen und schauen, ob alle die gleichen korrekten Informationen haben. Das ist erstmal das Wichtigste vorab. Jetzt schauen wir uns die Konstellation der Reihe nach an. Der Monat wird eingeläutet von der Sonnenfinsternis am 30. April im Stier, die zugleich auch ein Neumond ist. Das heißt, große Umwälzungen sind im Gange, vor allem für Menschen, die Positionen im Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann haben. Venus, Jupiter und später auch der Mars werden in den feurigen Widder wechseln. Das heizt die allgemeine Energie an. Wahrscheinlich wird es beim Wetter ziemlich warm werden und auch die Gemüter werden erhitzt sein. Projekte und Aktionen werden mit großer Leidenschaft und viel Kampfgeist ausgeführt. Der Merkur wird sich den größten Teil des Monats in den luftigen Zwillingen aufhalten. Deswegen sind unsere Gedanken sehr leicht angeregt und auch aufgeregt. Und außerdem wird unser Denkplanet auch wieder mal rückläufig, nämlich vom 10. Mai bis zum 3. Juni. Am 11. Mai betritt dann der mächtige Jupiter das Pionierzeichen Widder und verstärkt dessen kämpferische und durchsetzungsfreudige Energie. Wie ihr ja wisst, mache ich mir diesbezüglich etwas Sorgen. Ich befürchte, dass diese Konstellation das Kriegsgeschehen in der Ukraine wieder zum Auf- oder noch mehr zum Aufflammen bringen wird, zumal am 25. Mai auch noch der Mars in den Wetter stürmt. Dazu wird es demnächst ein Exklusivinterview mit Christoph Niederwieser geben. Zum Glück steht die Sonne jetzt erst mal im beständigen Stier. Doch dort steht ja auch der hochenergetische Uranus. Und so wird die Kraft der Sonne in den ersten zehn Tagen des Monats durch Uranus verstärkt und auf ein hohes geistiges Schwingungsniveau angehoben. Das kann uns gedankliche und spirituelle Durchbrüche bringen, kann uns aber gleichzeitig auch nervös machen und um den Schlaf bringen. Zur Monatsmitte wird der Höhlenflug der Sonne gewissermaßen ausgebremst von Saturn. Das kann ein Auf und Ab der Gefühle mit sich bringen und auch Projekte, die stürmisch begonnen haben, können dann plötzlich abgebremst oder blockiert werden, zumal dann auch der Merkur rückläufig ist. Gleichzeitig versucht Jupiter im Widder mit aller Macht nach vorne zu stürmen. Außerdem verbindet sich Liebesgöttin Venus am 15. Mai mit Chiron. Das bedeutet, Beziehungen können einen heilsamen, aber auch verletzenden Einfluss ausüben. Das kommt nun darauf an, wo wir in unserer Beziehung gerade stehen und welche Themen wir gerade haben. Wegen all dieser Aspekte erwarte ich um die Monatsmitte einige sehr turbulente Tage. Und nicht nur deswegen. Am 16. Mai haben wir einen Vollmond im Skorpion mit totaler Mondfinsternis. Das heißt, Ereignisse wirken direkt auf unsere Emotionen und Gefühle und wir empfinden das Geschehen als überwältigend. Das ist wiederum gut für Leidenschaft und Sinnlichkeit, also für alle, die in einer glücklichen Beziehung sind und eine gute Privat- oder Liebessituation haben. Wer jedoch nicht stabil ist, kann durch diese Ereignisse ins Schwanken geraten. Kurz nach dieser Mondfinsternis trifft der Mars auf Neptun in den Fischen. Das könnte einen spirituellen Krieger anzeigen oder eine Friedenstruppe und ihr den Rücken stärken. Die Sonne bildet dann eine Allianz mit Machtplanet Pluto. Ich vermute, dass sich um diesen Vollmond herum erstaunliche neue Verbindungen oder Allianzen ergeben, während andere, die man für stabil und sicher hielt, auseinanderbrechen. Auch privat ist das eine Zeit, in der man mit seinen Beziehungen äußerst pfleglich umgehen sollte. Wir neigen rund um diese Mondfinsternis dazu, Dinge persönlich zu nehmen und als viel größer und schlimmer wahrzunehmen, als sie sind. Man sollte sich also möglichst nicht streiten und stattdessen konstruktive und produktive Dinge gemeinsam tun, die für die Beziehung verbindend wirken. Bedenkt bitte, dass die Mondfinsternis noch drei Monate nachwirken kann. Das kann eventuelle Konflikte unangenehm in die Länge ziehen, wenn wir nicht aufpassen. Aber kurz nach der Mondfinsternis legen sich die Spannungen wieder. Am 21. Mai um 3.22 Uhr morgens tritt die Sonne in die Zwillinge ein. Sie befindet sich dann für vier Wochen in Harmonie zu Jupiter und Mars im Widder. Das ist eine hitzige und schnell entschlossene Energie. Es kann sein, dass dann überstürzte Entscheidungen getroffen werden, die noch nicht zu Ende durchdacht sind. Am 23. Mai läuft der Merkur zurück in den Stier, was gedankliche Höhenflüge erst mal abbremst und auf den Boden der Realität zurückholt. Das kann in diesem Zusammenhang sogar sehr hilfreich sein. Am 25. Mai stürmt dann auch der Mars in den Widder und trifft sich dort noch bis Monatsende mit Jupiter. Gleichzeitig bilden diese beiden Männlichkeitssymbole einen Stressaspekt zu Lilith im Krebs. Und hier sehen wir vielleicht noch mehr rücksichtlose Kämpfe auf Kosten von Müttern, Töchtern oder Familien. Ich halte diese Konstellation vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts für recht brenzlig. Jupiter hat ja die Neigung, alles auf das er trifft, zu vergrößern und zu expandieren. Und die Mars-Kräfte stehen für Streit und Kampf, ganz besonders, wenn der Mars im Widder steht. Ich kann an dieser Stelle nur hoffen, dass wir hier Krieger des Lichts am Werk haben werden, die ihre Kräfte für das Gute einsetzen. Heikel finde ich auch, dass die Venus in diesen Tagen einen stressigen Aspekt zum Machtplanet Pluto bildet. Das bedeutet, dass möglicherweise versucht wird, unter dem Deckmantel der Diplomatie zu manipulieren. Zum Glück wechselt die Venus am 28. Mai in den Stier. Das ist einen Tag vor der exakten Konjunktion zwischen Mars und Jupiter. Das kann helfen, weil die Venus im Stier besonders günstig steht. Sie kann dann für die nächsten drei Wochen ihre beziehungsfördernden und friedlichen Kräfte viel besser entfalten. Der Monat klingt aus mit dem Neumond am 30. Mai in den Zwillingen. In diesem Neumond ist dann nochmal die kampffreudige Verbindung zwischen Mars und Jupiter verankert. Das heißt, sie wird ihre Energie im darauf folgenden Mondzyklus stark einbringen. Auch der rückläufige Merkur ist in diesem Neumond eingebrannt und er steht zudem schwierig zu Blockade Planet Saturn. Das heißt, Gespräche und auch Verhandlungen kommen zunächst mal nicht recht vom Fleck. Wie sich das im Einzelnen entfaltet, das schauen wir uns im nächsten Video an, denn bis dahin muss ich erst mal sehen, welche Prozesse durch die Konstellationen im Mai in Gang gebracht worden sind. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Mai und wie sie sich für die einzelnen Sternzeichen auswirken. Das schaut euch bitte in dem Extra-Video für die 12 Sternzeichen im Mai an. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.